Und wenn wir Bordeaux mal aus einer anderen Perspektive bewundern, von oben. Das hier ist Bordeaux. Seine Appellationen, die Schlösser der Region, aber spüren Sie diesen frischen Wind. Was hier geschieht, ist nicht das, was Sie denken. Alles entwickelt sich stetig weiter, angefangen bei den Weinen, die wir hier machen. Einzigartig, natürlich, unverwechselbar, lebendig und faszinierend komponiert. Weine, die sich abheben und überraschen. Und sprechen wir nicht mehr von sicheren Werten. Man langweilt sich, wenn alles sicher ist. Wir bevorzugen neue Werte, Werte, die von Herzen kommen. Vielfältige und überraschende, kostbare Werte, die uns vereinen. Das ist es, was Bordeaux Weine ausmacht. Was die Erde Ihnen bietet, was die Geschichte Ihnen flüstert, was die Zeit Ihnen gewährt und was das Klima Ihnen bereithält. Und nichts ist ungewiss als das Klima. Gewiss ist aber der Wille. Der leidenschaftlicher Menschen, die Weine aus Rebsorten erschaffen. Immer auf der Suche nach Harmonie. Jahr für Jahr. Die so viele Lebenswege haben, wie es Flaschen gibt. Hier entstehen Ambitionen. Wohlwollen schwebt über allem. Und Vertrauen wächst. Schöne Aussichten für die Zukunft, nicht wahr? Also kommen auch Sie. Bringen Sie Ihre Wünsche, Ihr Gefühl, Ihre Freunde, wen immer Sie wollen. Und vor allem, vergessen Sie Ihre Neugierde nicht. Ihr bester Begleiter, um nichts zu verpassen. Weder unsere Art zu leben, noch die der Generationen vor uns. Diejenigen, die unsere Erde und Keller bearbeiten, könnten Ihnen ganze Romane schreiben über das, was zwischen Fluss und Ozean geschieht. Zwischen Reben und Dünen. Aber Sie wollen es Ihnen lieber selbst erzählen. In Ihren Schlössern oder kleinen Fischerhäuschen. In Ihrem kleinen Weiler oder architektonischen Prachtbau. Die Türen stehen Ihnen offen. Treten Sie ein. Tauchen Sie in die Geheimnisse Ihrer täglichen Arbeit. Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen eines Weines, der sich niemals auf seinen Lorbeeren ausruht. Hier arbeitet jeder und jede im Verborgenen und mit Ausdauer. Mit Kreativität. Und dem Willen, sich selbst zu übertreffen. Immer bereit, Ihre eigenen Horizonte zu erweitern. Schauen Sie diesen engagierten Frauen und Männern über die Schulter. Erleben Sie hautnah deren Entdeckungen. Sie werden sich freuen, Ihre Meinung dazu zu hören. Denn schließlich tun Sie all das für Sie. Ohne jemals aufzugeben. Jung wie alt liegt es am Herzen, Natur und Biodiversität zu schützen, die Sie Ihren Kindern hinterlassen werden. Und auch Ihren. Durch sparsamen Umgang mit kostbarem Wasser, das Ihre Weinberge geschaffen hat. Indem Sie Ihre Praktiken überdenken, um die Zukunft unserer Erde zu schützen. Das macht die Aufgabe nicht leichter. Aber es steht eine Menge auf dem Spiel. Sie sehen, es sind viele Faktoren aufeinander abzustimmen, damit Ihre zukünftigen Lieblingsweine entstehen. Um Entdeckungen in diesen Appellationen zu schaffen. Und Ihnen so viele Vergnügen zu bieten, wie es Gründe gibt, sie zu genießen. So viele Überraschungen, wie es Momente gibt. Sei es ein Alltagsmoment oder ein unvergessliches Erlebnis, ein romantisches Rendezvous, Familie oder Freundestreffen. Wie groß die Runde auch sein mag. Treten Sie näher. Lesen Sie zwischen den Rebzeilen. Sie werden erstaunt sein. Kommen Sie. Folgen Sie Gässchen und Wasserwegen und verändern Sie allmählich Ihren Blick auf Bordeaux. Sie sind doch schwindelfrei, oder? Da sind wir auch schon fast. Voila. Nicht mehr bewegen. Wir warten nur noch auf Sie, um mit uns Neues zu erschaffen.